Nummer 4. Diese LED-Laterne ist ideal für Camping und verschiedene Outdoor-Aktivitäten. Ihre Stärke ist der Akku, der auch durch Solarenergie wiederaufladbar ist. Das Design verfügt über einen zusätzlichen Griff an der Seite. Sie können die Lampe auf traditionelle Weise mit dem Griff an der Oberseite tragen oder sie mit dem Griff an der Seite als Taschenlampe verwenden. Interessant ist auch die Möglichkeit, Ihre Geräte damit aufzuladen. Es fehlt auch nicht an Wasserdichtigkeit und der Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Farben zu wählen. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 3. Sie ist handlich und kompakt, wasserfest und bietet vier Leuchtmodi sowie eine Nachtlichtfunktion. Das bernsteinfarbene Licht hält Insekten fern und reduziert ihre Anwesenheit um bis zu 60 Prozent, was sie zu einer hervorragenden Wahl für den Einsatz im Freien macht. Camping, Klettern, Gartenarbeit, Wandern, Grillen. Mit ihrem praktischen integrierten Haken lässt sie sich bequem aufhängen und transportieren. Die Akkulaufzeit beträgt garantiert bis zu 130 Stunden. Das Produkt wiegt 458 Gramm. Die Abmessungen betragen 12,2 x 12,2 x 18,5 Zentimeter. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Dies ist eine 10 Watt LED Laterne mit 600 Lumen. Wasserdicht und mit einem Haken ausgestattet, kann sie bei vielen Gelegenheiten, auch im Freien und bei leichtem Regen, eingesetzt werden. Mini Taschenlampen können aus der Laterne gezogen werden. Auf der Oberseite befindet sich auch ein Kompass, der beim Wandern immer nützlich sein kann. Der eingebaute 1800 mAh Akku kann nun über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen werden. Bei Bedarf können aber auch Batterien verwendet werden. Ein Adapter zum Aufladen des Geräts über den Zigarettenanzünder ist ebenfalls in der Verpackung enthalten. Die Minilampen werden von der Laterne selbst mit Strom versorgt, wenn sie eingebaut sind. Wenn sie herausgenommen werden, werden 3a Batterien verwendet. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Diese 3 in minus 1 LED Laterne ist wasserdicht und wiederaufladbar und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz im Freien. Dank des USB-Kabels können Sie sie überall aufladen. Mit ihrem 360 Grad Lichtstrahl können Sie einen großen Bereich ausleuchten. Sie kann auf 800, 400 und 1200 Lumen eingestellt werden und im Blitzmodus betrieben werden, was im Notfall nützlich ist, um Ihre Anwesenheit zu signalisieren. Je nach Modus hält der Akku unterschiedlich lange, 7 bis maximal 12 Stunden. Der Haken an der Unterseite und der Griff an der Oberseite sind sehr praktisch, um sie bequem zu tragen oder um sie umgedreht aufzuhängen. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt.